Hallo, in diesem Video Tutorial zeige ich Ihnen die neue Tastenbelegung für das Zoomen auf die Cursor Position. Die neue Tastenbelegung ist ab der Catvilla Version 6 enthalten. Um auf die Cursor Position hinein zu zoomen, bewegen wir unseren Cursor auf die gewollte Stelle und drehen am Mausrad. Dasselbe gilt auch für die 3D-Ansicht. In vorherigen Catvilla Versionen musste für diese Funktion die Shift sowie die STRG-Taste gleichzeitig gedrückt werden und erst danach konnte am Mausrad gedreht werden. Falls Sie sich mit dieser Tastenbelegung wohler fühlen, können Sie diese in den Einstellungen ändern. Dazu öffnen wir das Menü, Einstellungen und Allgemein. Wir wählen den Punkt Navigation und hier unter dem Punkt Zoomen auf Cursor können wir zwischen der Tastenbelegung mit STRG Umschalt und Mausrad oder nur mit Mausrad wählen. Wir wählen nun zum Beispiel mit STRG Umschalt und Mausrad aus und bestätigen danach mit OK. Falls wir nun auf die Cursor Position zoomen möchten, halten wir die STRG sowie die Umschalt-Taste gedrückt und drehen am Mausrad. Das gilt für die 3D- sowie die 2D-Ansicht. Falls wir die Einstellungen wieder umändern möchten, öffnen wir das Menü, wählen Einstellungen, Allgemein, Navigation und unter dem Punkt Zoomen auf Cursor wählen wir nur mit Mausrad aus. Danach bestätigen wir wieder mit OK. Nun können wir wieder mit Hilfe des Mausrads auf die Cursor-Position in der 2D- sowie der 3D-Ansicht zoomen. Vielen Dank fürs Zusehen! Für mehr Tutorials besuchen Sie unsere Website www.catvilla.com ürat-ist.com ist.com W cancer du für mehr Untertitel süße und recherchéου Du mehr untertitelstil.com Mäuble ist das die Größe des Mausabtiers des Mausrad Édates. Ein Pob cassiertes Sop开始 Monthly auf Cursor steady Investition in der chew. Wir betr sama feeling mit Rica und schuti ministerialienen.